Vielleicht finden wir mal wieder einen Blindgänger. Alter, ich hab grad irgendwie Panik, dass wir hier wirklich eine Granate oder sowas finden. So weiß man nicht. Vielleicht war hier ja früher mal ein Bunker oder so. Klar ist da wirklich eine Granate drin, Leute. Hä? Was ist da? Kai? Stein wahrscheinlich, oder? Nein, oder? Du bist nicht ausgeholt. Wie mein Zollstock. Was hast du gemacht? Leute. Gucken Sie tief in die Augen mir. Was haben Sie eben für eine Entdeckung gemacht? Ein Stein, das so aus wie Granate. Leute. Stell dir mal vor, wenn da so eine Ernte drin liegt. Digga. Das sieht aus wie eine Granate. Ich stell mir grad so vor. Du wirfst ihn jetzt weg und er ist durch.